Willkommen zurück auf meinem Kanal. Strafe für Ocon und Verstappen Beim gestrigen Brasilien Grand Prix kam es in der 44. Runde zu einem Crash zwischen Ocon und Verstappen. Der überrundete Franzose wollte sich aufgrund von frischeren Reifen zurückrunden, fuhr dann aber in Kurve 2 in Verstappen rein. Die FIA verpasste dem Force India-Fahrer eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe. Als Verstappen Ocon beim Wiegen zur Rede stellte, schubst er ihn dreimal. Daraufhin mussten die beiden zu den Stewards zu einer Anhörung. Verstappen wird laut Artikel 12.1.1.c zu zwei Tage öffentlichkeitswirksame Arbeit unter Aufsicht der FIA verurteilt. Das Ganze muss er in den nächsten sechs Monaten verrichten. Danach gab es ein sportliches Handshake. Darum war Vettel langsam. Sechster Platz beim gestrigen Brasilienrennen, 22 Sekunden hinter seinem Teamkollege Reykönnen und auch noch die verlorene Teamwettung gegen Mercedes. Auch die Reifenstrategie mit Softreifen am Start hat nicht funktioniert. Jetzt ist bekannt, warum Vettel nur Sechster wurde. Nicht nur, weil er die Reifen nicht zum Arbeiten bekommen hat und nur herumgerutscht ist, sondern auch, dass ein Sensor an seinem Boliden defekt war und er mit anderen Einstellungen fahren musste. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Falls ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr machen sollt, könnt ihr gerne ab jetzt mit mir ein paar Communityrunden im Livestream drehen. Link dazu in der Videobeschreibung. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keiner meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!